So, können wir dann langsam mal weiter? Die Beschäfte machen gleich zu. Mama, kann ich vielleicht erstmal in Ruhe mein Eis aufessen? In Ruhe? Du meinst wohl in Zeitlupe? Sag mal, so langsam wie du isst, schmilzt dir das vorher sowieso weg. Hör doch mal auf, so abzustressen. Das schmilzt schon nicht. Das ist echt überhaupt kein Plan. Siehst du? Geschmolzen. Hab ich ja gesagt. Dann können wir ja endlich weiter. Fupst du dir jetzt auch die Augenbrauen? Aber wo sind die hin? Steht ja nicht, sieht kacke aus. Komm.